Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Raunacht und heute ist die Raunacht mit dem Monat Mai verbunden. Die Natur treibt aus, wir haben Frühling und genau das begleitet uns auch in den Raunichten. Wer sind deine Freunde? Was tut dir gut? Was macht dir Freude? Mit wem bist du gerne zusammen? Und ja, dafür gibt es natürlich auch eine passende Meditation. Hör da gerne rein und sei gern am 4.1. mit dabei. Schreib mir dafür, denn da gibt es eine kostenfreie Sitzung am 20 Uhr. Da geht es genau darum, dass du in den Raunächten nochmals mehr die Saat für dein neues Jahr sähst. Also schreib mir bitte und sei am 4.1.20 Uhr dabei. Wir arbeiten mit der Kraft des Unterbewusstseins und säen die Saat für ein großartiges neues Jahr.